ja hallo zusammen herzlich willkommen zu einem kleinen video zwischendurch es geht um den standard showdown wie ihr natürlich schon am videotitel vermuten konntet ich habe von wizards zwei von den standard showdown boostern gekriegt und ich habe viele nachrichten gekriegt was ist denn der standard showdown ich wollte das für euch in einem kleinen video kombiniert mit einem kleinen unboxing natürlich einfach mal noch mal kurz erörtern also vom 26 11 november bis zum 17 12 im dezember finden vier standard showdowns statt in verschiedenen läden eventuell auch in eurer nähe dazu lasse ich euch mal unten den link von der wizards homepage in der video beschreibung da kann man nachschauen welche läden bei einem in der nähe eben diese standard showdown turniere ja veranstalten es wird standard gespielt offensichtlich anhand des namens sollen kleine drei bis vier runden turniere sein und es sind insgesamt eben vier turniere vier samstage in dem eben genannten zeitraum ja dort in diesen standard turnieren kann man eben diese standard showdown booster gewinnen sind natürlich ein bisschen was besonderes es sind auch nur drei karten booster die es eben dazu gibt aber es können besonders coole karten da drin sein und was das sein kann wollen wir uns jetzt auf jeden fall mal anschauen ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht ich habe mal geschaut es ist immer wie sagt drei karten eine davon ist eine premium karte das können auch die kaladesh inventions beziehungsweise die sendika full art foil expeditions sein also da kann auch was richtig 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 gutes drin sein die chance ist wohl 1 zu 33 also man kriegt eine invention oder expedition in jedem 33 booster das sind auch zahlen die ich bei wizards gefunden habe also denke ich kann man sich da darauf verlassen also das wird sehr präzise sein das ist nicht irgendwie von irgendjemandem aufgemacht 1 zu 33 und die anderen beiden karten können standard legale rares oder mythic rares sein da kann man dann wohl alles mögliche eben bekommen doppelseitige karten können zum beispiel nicht drin sein also es gibt so ein paar ausnahmen aber wenn sich das noch mal ganz genau angucken will auch nach einem store suchen will wo man das dann spielen kann wie gesagt unten in der video beschreibung findet ihr dann noch den link da könnt ihr noch mal selber reinschauen ja wir wollen jetzt ins unboxing übergehen soll ja auch nur ein kurzes video sein so ein bisschen ein info video und ich bin mal gespannt ob wir hier die große chance 1 zu 33 wahrnehmen und vielleicht eine invention oder eine expedition sehen bisher habe ich ja noch nie in einem regulären oder normalen unboxing oder in so einem gutes jetzt ein besonderes booster oder in einem booster sowas aufgemacht weder zu sendika zeiten noch zu kaladesh zeiten habe ich es geschafft eben ein ja ein dieser besonderen karten zu machen wir haben eine rare ich bin mal gespannt wir schauen mal was wir hier haben ich will ich will ich will ja nicht spoilern wollen es ja spannend machen also ich tippe mal es kommen die beiden rares mythics und ganz hinten ist die premium karte ich bin mal gespannt also das erste ist eine kaladesh rare captured by the consulate vier mana wir verzaubern eine kreatur die wir nicht kontrollieren die verzauberte kreatur kann nicht angreifen und immer wenn ein gegner ein zauberspruch wird wird der ein einzelnes ziel hat dann wird das ziel umgelenkt auf die verzauberte kreatur wenn dem denn möglich ist okay mittelprächtig naja eine foil uncommon was das stand ist das eine premium karte eine foil okay wusste ich nicht also wenn ihr euch das mal durch lest ich weiß ja nicht also ich habe eine foil oath of the gatewatch uncommon grip of the royal okay jetzt bin ich jetzt bin ich umso mehr gespannt was die letzte karte ist eine mythic oder eine rare nur eine rare okay for bonding runes ist immerhin im duel land ziemlich gut kann man immer spielen so was kann man ja immer behalten sage ich ja sowieso immer bei jedem unboxing wenn man mal eine rare land findet was zweifarbig ist kann man das behalten besonders wenn seine lieblings farbkombination ist dafür sind die länder natürlich ganz gut jetzt natürlich die frage wie war das booster sortiert ich denke mal das waren die rares beziehungsweise mythics und das war meine premium karte die halt in foil ist also in der mitte ist die premium karte okay dann war das booster 1 bin mal gespannt ein zweites haben wir ja noch gucken wir mal was hier drin ist oh vorne drauf ist ein spire bluff kennel das ist natürlich geil das ist so das wertvollste karladesch land das auf jeden fall schon mal ziemlich gut auch wieder ein doppel land sowas ist natürlich immer sehr gerne gesehen wenn das auch ein reguläres booster wäre super super gut damit bin ich sehr zufrieden vorne wieder karladesch jetzt natürlich interessant in der mitte wieder pomo und hinten ist wie heißt es shadows schauen wir mal letzte karte ich drehe jetzt erst mal die letzte karte um damit wir nicht die mittlere sehen ist ist ein from beyond aus sendika vier manner die boyd enchantment im abgibt gibt es ein 1 1a farblosen eldrasi token den wir opfern können für ein mana und wir können für zwei man das in schaden mit opfern und dann unser deck nach nur meldrasi durchsuchen und die hand nehmen ja ist nicht so schlecht okay das sind dann beide unsere beiden rares und jetzt hier ist noch mal die große chance auf was gutes und ein foil swamp gar nicht mal schlecht nämlich dass mir nur ein freudiges entwichen ja cool das war also wieder jetzt haben wir es glaube ich auch alle verstanden gut dass wir das video mal gemacht haben dass wir die booster mal sehen konnten also wir haben erste und dritte karte ist the rare beziehungsweise the mythic standard legal und denn in der mitte ist eine foil in diesem fall grip of the royal und ein full art swamp das gefällt mir ja gar nicht mal schlecht also wenn ich hier auf so einem standard turnier noch zusätzlich hier so ein zwei booster kriege und da sind schon ganz geile karten drin also auch wenn ich jetzt hier nicht die besten karten aufgemacht habe sind das schon ziemlich gute sachen wie ich finde also in einem booster ein foil full art basic und ein super geiles land kann man echt nichts gegen sagen cool ich finde es auf jeden fall eine coole aktion von wizards mehr geht natürlich immer ne also je größer der preis wobei einem turnier ist desto besser denke ich ist auf jeden fall eine coole aktion und noch mal hier so ein paar special booster zu sehen finde ich ganz cool jetzt sind aber auf jeden fall alle schlauer denke ich ihr könnt hier mal kommentare da lassen ob ihr vorab so ein standard showdown zu spielen und ja bin mal gespannt wenn ihr so ein ding gewinnt könnt ihr mir sehr gerne auf facebook oder auf twitter ein bild schicken von eurem booster was ihr aufgemacht habt bin auf jeden fall gespannt ich wünsche euch auf jeden fall viel erfolg für den standard showdown macht was draus und ja hoffe das video hat euch gefallen und erstmal noch einen schönen tag bis demnächst ciao solide dass das video bis zum ende gesehen hast vielen dank dafür ich hoffe das video hat dir gefallen lass ruhig einen kommentar da wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie vorschläge einfach da sind ich freue mich immer über die ganzen kommentare der zuschauer einen daumen hoch zeigt mir auch welches video euch am besten gefallen hat damit ich eventuell weiß wovon ich mehr produzieren soll ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf facebook und twitter falls ihr noch mehr infos um magic haben wollt wenn ihr den kanal weiter unterstützen möchtet könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner payfin seite vorbeischauen auf jeden fall vielen dank für den ganzen support und wir sehen uns an dem nächsten video ciao